Nicola, Roni, Coraline, Ferien, also wir machen die Ferien und sind ein bisschen rumreisen, Familie besuchen, und ich bin hier, um die Kolumbien zu besuchen, um die Sprache zu lernen, um meine Familie zu besuchen, um meine Morzeln zu kennenlernen, weil meine Grossmutter auch von hier kommt, ursprünglich. Das Rafting ist richtig viel Spass gemacht. Ich kann es nicht wirklich sagen, weil es hat mir alles gut gefallen, auch heute beim Wasserfall, auch die Cafetour. Es war alles gut, aber es hat sehr viel Spass gemacht. Ich würde es empfehlen. Ja, alles war wirklich perfekt. Es hat drei Tage, als ich hier, in Kolumbien, und die zwei Tage, in der Woche, waren es super. Wir waren in der Finca mit dem Café, mit einer Decouverte, mit einer Familie, die war super. Und das Rafting, das war wirklich super. Es hat viel zu sehen und zu sehen, und es hat viel zu sehen. Es ist perfekt. Ja, also wenn mir jemand sagen würde, er möchte Spanisch lernen, dann muss ich sagen, die Gang auf Burg, die Gang auf Nueva Lengua oder allgemein auf Kolumbien. Was in den Medien gehört, stimmt sowieso nicht. Die Leute sind viel Lieder hier, als man überhaupt denkt. Und es ist auf jeden Fall alleine wert. Ja, ich denke vor allem, dass Kolumbien sicher ein schöner Spanisch hat, zumindest besser als China. Und ja, es ist ja ein persönlich schönes Land. Eigentlich mal. Es hat alle Sachen, die Bergen, die Wasserfelder, die Urwald, die Wirste, die Steppen. Es ist sicher sehr interessant. Ich würde wirklich hier, in Nueva Lengua, um eine totale Nation in Kolumbien, in der Kultur Kolumbien. Es ist einfach, die Leute hier sind einfach perfekt. Die Leute in der Kassade, die Bergen, die Leute sind sehr gut. Wir sind sehr gut, wir sind sehr gut, wir sind sehr gut, wir sind sehr gut, wir müssen hierher, die Schule, für eine gute Idee, die Kultur, die Liebe und die Kultur, die sehr gut ist. Bis zum nächsten Mal.